Die Wahrheit der Beendigung des Leids Die dritte, edle Wahrheit ist die Wahrheit der Beendigung. Die wichtigsten Fragen, die wir uns hier zu stellen haben, sind folgende. Was ist unter Nirvana zu verstehen? Was ist unter Moksha oder Befreiung zu verstehen? Was ist mit Niroda oder Beendigung gemeint? Und ist Beendigung wirklich möglich? Würde die Antwort lauten, dass Befreiung möglich ist, weil Buddha in den Schriften darüber gesprochen hat, wäre dies eine unbefriedigende Antwort. Der Meister Aryadeva erwähnt in seinen 400 Versen des Mittleren Weges, dass man sich der absoluten Natur der Wirklichkeit oder der Phänomene der Leerheit durch kritische Analyse und Untersuchung annähern kann. Ein Verständnis der Leerheit hängt nicht einzig und allein davon ab, dass man sich auf die Autorität der Schriften verlässt. Der Buddhismus legt dar, dass es eine Gruppe von Phänomenen gibt, die sich manifestiert und von uns direkt wahrgenommen werden kann. Hier besteht keine Notwendigkeit für einen logischen Beweis ihrer Existenz. Eine zweite Gruppe von Phänomenen ist unserer Wahrnehmung nicht direkt zugänglich, aber wir können ihre Existenz durch logische Schlussfolgerungen ableiten. Diese Gruppe wird als versteckte Phänomene bezeichnet und in diese zweite Gruppe gehört auch die Leerheit. Da wir die Wahrheit der Leerheit ableiten können, müssen wir annehmen, dass Befreiung ebenfalls durch logische Schlussfolgerungen abgeleitet werden kann. Der Meister Nagarjuna sagt, dass ein wirkliches Verständnis der Befreiung auf einem Verständnis der Leerheit basieren sollte, weil Befreiung nichts anderes als die vollständige Beseitigung, sprich Beendigung der Verblendungen und des Leids durch die Erkenntnis der Leerheit ist. Im Buddhismus hängt Befreiung deshalb sehr eng mit der Leerheit zusammen und ebenso wie sich Leerheit ableiten lässt, lässt sich auch Befreiung ableiten. In dem Text Abisamaya Alamkara von Maitreya gibt es einen Abschnitt, der sich mit der dritten edlen Wahrheit befasst und in dem wegen dieser äußerst engen Beziehung zwischen Leerheit und Befreiung 16 Arten von Leerheit ausführlich beschrieben werden. Die Tatsache, dass Befreiung eine absolute Wahrheit darstellt und deshalb mit der Leerheit in Verbindung steht, wird auch in den Werken des Meisters Chandrakirti ausführlich beschrieben. Es scheint, als hätte die Annahme, dass Befreiung möglich ist, die Funktion zu erhellen, wie gut wir die Leerheit verstehen. Die dritte edle Wahrheit Glück und Wohlbefinden sind möglich Sobald wir die Ursachen unseres Leidens erkannt haben, werden wir sehen, dass deren Transformation zu einem Ende des Unwohlseins führt, das heißt zu Wohlbefinden. Das Aufhören des Leidens und die Existenz von Wohlbefinden ist die dritte edle Wahrheit. Sind die Wurzeln des Leidens nicht mehr da, können wir frei und glücklich sein. Wir handeln ethisch, motiviert von unserem Verstehen und unserem Mitgefühl. Wohlbefinden und Unwohlsein Wohlbefinden ist das Ende von Unwohlsein, so wie Licht das Ende der Dunkelheit bedeutet. Die dritte edle Wahrheit erinnert uns daran, dass es nicht nur Leiden, nicht nur Unwohlsein, sondern dass es auch Wohlbefinden gibt. Weil Unwohlsein endet, ist Wohlbefinden gegenwärtig. Das Aufhören von Unwohlsein beinhaltet die Präsenz von Wohlbefinden. Die dritte edle Wahrheit bestätigt die Existenz, die Möglichkeit von Wohlbefinden. Die dritte edle Wahrheit erinnert uns daran, dass es möglich ist, glücklich im gegenwärtigen Moment zu leben. Es ist die Bestätigung, dass wir Unwohlsein transformieren können. Es gibt einen Pfad, der zum Glück führt, und diesen Pfad müssen wir ergründen. Die dritte edle Wahrheit basiert auf dem Verständnis, dass jeder von uns die Buddha-Natur besitzt, Buddha, den Samen eines Buddhas in sich trägt. Wir alle verfügen über die Fähigkeit, achtsam und konzentriert zu sein und tiefe Einsicht zu entwickeln. Untertitelung des ZDF für funk, 2017